Ich finde nichts. Hm. Was? Nichts. Ah, komm. Zack. Und Zack. Tot. So. So. Halplinge. Fugel. So. Da. Da ist der Pisser. Der nimmt sich mein Ding nicht wieder. Ja, warte. So. Zack. Weg mit den. Weg mit den. Weg mit den. Piki, gib ihm die Augen aus. Tot. Den Toten. Und Letz...letzter Schlag. Geht doch. Eiferselten um eins. Will bessere Pfad finden, versetzt die Strafpunkte für schweres Gelände um 50% herab. Haben wir mal alles. So was hat der? Ja, easy. Wo ist denn jetzt eigentlich mit dem her? Ach so, da hoch. Was kann der Pisse da? Mano mitte. Hau nicht vor mir ab. Ich krieg dich doch so oder so. Erstmal meine Mine wieder. So, jetzt wird's getötet. Gibt's erstmal einen fetten Pfeil hier. Zack. Trott. Der hoch. Jetzt schießt mir den kaputt. Oh, jetzt überlebt. Was langs geht mein Magier auch echt in die Neige. So, ist der tot. Und dann noch die Halblänge. Oder so. So geht's natürlich auch. Okay, ich muss jetzt erstmal in die Base und danach geh ich mal da nach links oben. Guck mal ob ich Gegner komplett ausrotten kann einfach. Bei dem Typen kann ich auch echt viel anfangen. Ich könnte jetzt die Wolkenburg bauen. Aber bis da unten ist hab ich bestimmt noch ein bisschen Gold. Oh Gott. Schon wieder eine von denen. Alter Verwalter. Ich hol jetzt mit dem einfach die Einheiten. Und bring sie mit dem da nach oben. Kommt da jetzt nicht großartig weg. So. Zack. Pfeil auf die Skelette. Mitten durch die Rippe. Tot. Ja geil. Und gleich nochmal. Und noch Glück dazu. Bam. Mein Holz. Older Is. So. Aha. So. Zack. 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 Den halte ich jetzt einfach mal auf zur... Oh, verdammt. Na ja, den halts auch. Zack. Klack. Klack. Und durch. Und erledigt. Tch. Na geil. Tch. So. So. So... Dann haben wir den Einspieler, finde ich... So, so... Ahem, ahem. Ahem, die holen wir uns auch noch. Haben noch ne schöne Miene. Klack. So. Und drauf mit dir Raubvogel. Nagt das Fleisch von deinem Tod ein Skelett ab. Pam. Und drauf. Ah, so muss es laufen. Und... Gandalf, ab mit dir. So. Haben wir jetzt alles gekauft. Ich hab kein Geld mehr. So. So. Ja. Ja. Treffen wir uns mal so in der Mitte. Auf und, auf und, auf und, auf an. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Na? Da. Komm Schatzi-Lein, treffen wir uns. Hm. 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 Oh Schatzilein, du brauchst doch hier traurig sein. So, oh, endlich treffen wir uns wieder. So, so, so. So, und dann wirst du jetzt zum Bösem. Wir suchen jetzt mal die nächste Burg. Da, 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 da. Da, 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 da. Pam, pam, pam. Klack. Trott. So. Okay, wir erledigen den Rest. Nein, nicht ganz. Oh Glück, sei mit Gandalf. Na komm schon, wer ist jetzt dran? Hier. Raubvogel. Ja, Gandalf und seine Vögel, das kennt man ja. Und Frodo. So. Schöner Sieg. Zack. Spiele Gelb wurde besiegt. Okay. Wenn du so sagst. So. So. Dann bauen wir hier mal weiter. Klack. Ähm. So. Was ist los? Schöne Mine. So. Schöne Mine. Schöne Mine. Lärm, Lichtspilot, die da und die da. Und da kommen wir ein Glöwchen. Zack, zack, zack. So, ah verdammt. So, jetzt bauen wir aber erstmal hier aus. So. So, du hast eine Gruppe Kobold mit dem Wunsch nach größerem Ruhm will sich ihnen anschließen. Nimm dieses Angebot an. Ah, ok. Einige, eine Menge, mehrere, viele. Du, oh, da, eh. Boah, ist bei eine Phase, das viele. So, jetzt haben wir uns mal alles hier oben. Der kann, der kann ja schießen. Der bleibt jetzt auch erstmal hier. Die wandern jetzt mal hier hin. Die wandern bis da hoch. So, jetzt haben wir uns mal hier zusammen. Und Feuer. Und Feuer. Zack, da hoch. Da hier hin. Da hoch. Da hoch. Mal da hoch. So, Roten Taktik. Ich geh mal komplett durch. So, jetzt mal da hin. Der kann echt laufen. Ähm, ja. Ja. So, bevor sie kommen einfach mal ein bisschen dezimieren. funktionieren Ah, da No So, jetzt kommen wir Tachyern. Boom. Nein! Oh doch. So. Das wird spannend. So, Blitz. Ah, kann ich nicht. Ja. Zack. Ja. Hör mal drauf. Was ist da? Shit. So. Das wird echt spannend, der Kampf hier. Wuhu. So. 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 Komm schon. Komm schon. So. 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 Das war das Ende. Komm schon. Puh, shit war das knapp. Fuck, okay das war's. Shit, das ist natürlich heftig, bitte. Da muss ich jetzt alles geben. So. Zack. Vor mir dir. Ouch. Hup, 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 hup. So. So. Hallo... Das war zwar eigentlich nicht der, der ich angreifen wollte, aber... ...Alla...